Der Tobias hat sich warm gefahren und damit herzlich willkommen zur nächsten Live-Demo auf der Architechnica 2017. Herzlich willkommen bei dem finnischen Unternehmen Avant, dem Unternehmen für Multifunktionslader. Wir bauen seit 26 Jahren Lader mit über 150 Anbaugeräten und sind damit sehr erfolgreich, vor allen Dingen was die Stabilität betrifft. Sie sehen, der Tobias sitzt auf dem Vorderwagen, hat also dadurch stets gute Sicht auf seine Ladung. Wir haben ein starres Klickgelenk verbaut, das ist typisch für Avant und jedes Rad ist einzeln mit einem Hydraulikfahrmotor betrieben, sodass wir jetzt auch zum Beispiel hier, wie Sie sehen, in der Schläglage immer Stabilität und Traktion gewährleisten können. Avant bedeutet 22 Modelle, 40 Optionen, 150 Anbaugeräte. Und die Weltpremiere, die wir exklusiv auf der Architechnica 2017 präsentieren, das ist der E6, rein elektrisch betrieben mit einem Lithium-Ionen-Akku, der in einer Stunde aufgeladen wird und sechs Stunden zu verwenden ist. Wir zeigen immer so ein bisschen, was unsere kleinen grünen Kraftpakete drauf haben und Sie dürfen gerne zuschauen und sich selbst von Avant überzeugen lassen. Und es ist weltweit die erste Mal, dass wir den neuen E6 präsentieren, mit dem Lithium-Ionen-Technologien. Sie können es in einer Stunde aufgeladen und Sie können es für sechs Stunden benutzen. Und insbesondere für den internationalen Publikum, wenn Sie Fragen haben, bitte um uns und fragen uns, wer Sie sprechen in Englisch. Deutschland, natürlich, Dänisch, Finnisch. Und Schwedisch? Ja? Du sprach Schwedisch? Okay, ich nicht. Aber du sprach Englisch. Ich würde voilà einfach sagen.